Moin Moin, Hallöchen und herzlich willkommen zu meinem ersten Vlog, wie man das so nennen kann. Ja, ich wollte mich einmal herzlich an alle Leute, Zuschauer, Abonnenten bedanken, denn ich habe ja vor kurzem die 200er Marke geknackt. Ich hoffe, das wird noch mehr. Ich habe mich auf jeden Fall sehr riesig gefreut. Ich habe eigentlich gar nicht damit so schnell gerechnet und ja, ich hoffe mal, es werden noch viele, viele, viele mehr und in Zukunft werden einige Projekte noch von mir gestartet. Nicht nur der Bussimulator geht weiter, sondern auch noch einige andere Sachen. Ich hoffe, ihr werdet mich so unterstützen, wie ihr es bis jetzt gemacht habt, zumindest viel beim Bussimulator. Ich habe auf jeden Fall diese Umgebung hier gewählt, weil die ist ruhig, hier kann ich quatschen ohne Ende, muss mich nicht konzentrieren beim Sprechen. Und naja, auf jeden Fall ist es hier eine schöne Gegend und es ist außerhalb von meinem Stuhl zu Hause. Ja, und des Weiteren werde ich demnächst auf Twitch anfangen zu streamen, gleichzeitig am Anfang noch auf YouTube mit. Wenn das so gut läuft, wie ich mir das vorstelle, dann mache ich das auch weiterhin. Mal gucken, was die Zukunft so bringt und ja, ich möchte mich einfach herzlichst herzlich noch mal bei allen bedanken, die mich unterstützt haben und weiterhin unterstützen. Und ich hoffe, es geht mal sehr gut weiter. Ich bin mal gespannt. Ja, ich hoffe, ihr hattet ja auch eine schöne Aussicht, wenn ihr mal gucken könnt. Auf jeden Fall perfekt, ich liebe ja sowas. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefreut, auch mal nur mein Gesicht zu sehen. Bis dahin, weil ich halte die Ohren steif und ciao, tschüss.